Ja, hi, ich bin's, der Roman, ähm, du, ähm, ja, kenn ich dir das an, ähm, du bist eine coole Frau, du bist eine, äh, abitraktive, mega, richtige Frau, ähm, du siehst klasse aus, deine Tattoos sind mega Hammer, ähm, ja, was kann ich noch sagen? Daniel ist ein Arsch, der hat so eine wie dich nicht verdient, ähm, ja, du bist halt eine klasse Frau, bist toll aus, hast eine mega geil Figur, ähm, mit dir würde gerne jeder zusammen sein, und, ähm, ja, ich bin auch so einer, weißt du, der ein bisschen tickt, ähm, ja, wo ich dich kennengelernt habe, weißt du, du bist, du bist mega, du bist einfach die mega geile Frau, weißt du, ähm, ja, du bist gestylt, du bist aufgepimpt, deine Tattoos, weißt du, ich hab die gesehen, ja, mega, aber, ähm, mit dir wäre eine Beziehung, mega geil, ähm, mit dir zusammen zu sein, wäre mega geil, ähm, ähm, ein Haus bauen, oder ein Haus kaufen, mega geil, ähm, oder, ähm, ja, einfach nur, ja, wie kann man das sagen, einfach mal glücklich sein, weißt du, ich hab die kennengelernt, danke, dass du mich aufgenommen hast, danke, 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 danke,